In diesem Video geht es um Nachteile und Risiken von Cloud Computing. Ich erkläre dir, welche Probleme auftreten können und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das Risiko zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Cloud Computing ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten und Anwendungen online zu speichern und zu nutzen. Obwohl es viele Vorteile hat, gibt es auch einige Risiken, die es zu beachten gilt. Da die Daten nicht mehr im firmeneigenen Netzwerk gespeichert sind, kann es zu einer erhöhten Gefahr des Zugriffs von unberechtigten Personen kommen. Beispielsweise kann ein Hacker Zugangsdaten eines Mitarbeiters erlangen und so von überall auf die Daten zugreifen. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen starke Passwörter verwenden und auf eine Multifaktoren-Authentifizierung setzen. Ein weiteres Risiko ist, dass Online-Arbeit ein höheres Risiko für Angriffe aus dem Internet birgt. Jeder Computer, der mit dem Internet verbunden ist, kann von einem Hacker angegriffen werden. Um diese Risiken zu minimieren, sollte eine starke Firewall eingerichtet werden, um unerwünschte Verbindungen zu blockieren. Und es sollte sichergestellt werden, dass alle Software stets auf dem neuesten Stand ist. Schließlich kann es bei Störungen bei Cloud-Anbietern zu einem eingeschränkten oder fehlenden Zugriff auf die Daten kommen. Wenn die Internetverbindung ausfällt oder der Cloud-Anbieter von einer Störung betroffen ist, steht der Betrieb und Unternehmen können nicht mehr auf ihre Daten zugreifen. Um eine erfolgreiche Online-Zusammenarbeit zu ermöglichen, gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist eine sichere, verschlüsselte Datenverbindung, HTTPS. Dies stellt sicher, dass Hacker keinen Zugriff auf die Daten haben und dass die Daten vertraulich bleiben. Außerdem sollte eine sichere Internetverbindung und ausreichende Bandbreite vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Übertragung der Daten schnell und reibungslos vonstatten geht. Eine weitere Voraussetzung ist, dass alle Benutzer über die richtigen Geräte und die richtige Technologie verfügen, um die Online-Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dies beinhaltet auch, dass alle Benutzer über die gleichen Anwendungen und Programme verfügen müssen, um eine einheitliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Eine gute Kommunikation ist unerlässlich, um eine erfolgreiche Online-Zusammenarbeit zu gewährleisten. Dies beinhaltet sowohl die Verwendung eines gemeinsamen Kommunikationskanals, wie zum Beispiel einem Chatsystem oder einer Videokonferenz, als auch die Einhaltung gemeinsamer Regeln und Vereinbarungen. Schließlich ist es wichtig, dass jeder Benutzer seine Rolle und Verantwortlichkeiten kennt, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Dies beinhaltet auch die Einhaltung gemeinsamer Prozesse und Abläufe. Das ist die Einhaltung gemeinsamer Prozesse und Abläufe.